Du möchtest einfach und schnell kontinuierliche Gewinne an der Börse erzielen? Newstrading ist hier sicherlich der Schlüssel zum Erfolg. Die größten Gewinne aufs Jahr, auf die Jahrzehnte, wo ich an der Börse bin, erziele ich immer noch mit dem Thema Newstrading. Ich möchte dir heute zeigen, wie einfach es wieder ist, aus News heraus hohe zweistelligere Renditen zu erzielen. Mehr dazu heute in meinem neuesten Video. Ja, es ist schon spannend zu sehen, wie viel einfach und wie schnell man an der Börse am Ende des Tages Geld verdienen kann. Allerdings braucht man natürlich auch immer das richtige Handwerkszeug und muss wissen, wonach man suchen muss. Und eines der Schlüssel ist sicherlich das Screening und auf der anderen Seite natürlich das Newstrading. Gerade zum Newstrading haben wir in der letzten Woche ein Video gemacht, da ging es um die Tesla-Aktie, wo wir gezeigt haben, wie einfach es war. Im Rahmen unserer Ausbildung haben wir diese Aktie besprochen. 22% Gewinn in wenigen Handelstagen. Ich verlinke dir das Ganze jetzt auch noch einmal hier an dieser Stelle. Jetzt wieder ein Newstrading, den man kontinuierlich eigentlich auch jedes Jahr immer wieder neu vollziehen kann. Und zwar geht es darum, wie man aus der Nachricht, wenn es DAX-Aufsteiger und Absteiger gibt, hieraus genau den Erfolg ziehen kann. Klar, beim Newstrading muss man natürlich jeden Tag auch einmal kurz die News lesen. Das ist immer so fünf Minuten, die man am Tag einfach schaut, was gibt es Neues. Und daraus kann man dann sehr, sehr gute Trades ableiten. Und wie gesagt, wenn man mit einem Trade im Schnitt 10% mit einem News-Trade machen kann, dann ist das ja total spannend. Ich möchte dir zwei Dinge zeigen, wie du das umsetzen kannst, wie du aus den Nachrichten, die du liest, sofort daraus interpretieren kannst, wie das Ganze am Ende des Tages funktioniert. Wichtig ist natürlich, wo findet man denn überhaupt die spannenden Nachrichten? Muss ich dafür jetzt einen teuren Nachrichtendienst abonnieren wie Bloomberg oder wie Reuters oder wie kann ich an diese Daten rankommen? Und du kannst das natürlich kostenfrei auch bekommen, beispielsweise über so Seiten wie Finanznachrichten oder auch ganz simpel die Tagesschau. Und das möchte ich dir jetzt zeigen. Ich nehme dich mal mit auf meinen Rechner. Und hier kannst du schon sehen, hier die Nachricht am 18. Januar morgens, also vorbörslich. Linde wird den DAX verlassen. Und zwar das Schwergewicht überhaupt im DAX möchte jetzt raus aus dem DAX nur noch an der amerikanischen Börse gelistet sein. Und dafür muss natürlich, wenn eines der 40 Unternehmen aus dem DAX herausgeht, ein neues Unternehmen wieder nachrücken. Dafür gibt es bestimmte Kriterien, wonach geschaut wird, ob ein Konzern nachrücken kann. Das legt die deutsche Börse fest. Und dann gehen die Spekulationen natürlich los, welche Unternehmen könnten das sein? Und natürlich kannst du raten, welches Unternehmen aus dem MDAX nachrutscht. Du kannst natürlich auch hingehen entsprechend und deine Glaskugel befragen und sagen, okay, was kommt dabei raus? Du wirst aber damit wahrscheinlich eher nicht so erfolgreich sein, sondern am Ende ist es tatsächlich, dass man ein bisschen recherchiert. Das Ganze dauert meistens so fünf Minuten, dass man einfach mal bei Google eingibt, was sind denn die Kandidaten, die hier entsprechend nachrücken werden? So, und dann geht es eigentlich nur noch darum, wie geht man jetzt mit dieser Strategie dann um? In diesem Jahr war es zum Beispiel so, dass zwei Kandidaten in Frage kamen als Nachrücker für Linde. Das war auf der einen Seite Rheinmetall, die auch sehr, sehr lange als Favorit galten. Und es war die Commerzbank-Aktie. Beides zwei spannende Titel und ich möchte euch jetzt einfach mal mitnehmen bei mir in den Arginatrader. Und da können wir uns das anschauen. Also hier kam die Nachricht am 18. raus. Und was ist danach mit der Aktie passiert? Am Freitag letzter Woche wurde dann bekannt gegeben, welche Aktie dann jetzt endlich ins Unternehmen hineinkommt. Und möchte das Ganze hier auch noch einmal kurz markieren. Also hier kam dann tatsächlich die Nachricht raus. So ähnlich auch bei der Commerzbank. Auch hier war es so, dass wir dann einmal dann am Freitag nach Börsenschluss, das ist immer wichtig, diese Nachrichten kommen immer nach Börsenschluss, dann veröffentlicht wurde, welche Aktie jetzt reinkommt. Und wenn wir uns das mal anschauen von der Veröffentlichung am 18. dann, was dann passiert ist, also wie hat die Aktie sich seitdem entwickelt, dann ist es bei der Commerzbank-Aktie immerhin ein Gewinn von roundabout 18% gewesen. Und das innerhalb von vier Wochen. Und wenn wir uns anschauen bei Rheinmetall, wie ist es da gelaufen seit dem 18.? Was hat die Aktie da gemacht? Und wir gehen auch mal hier vom Eröffnungskurs aus und dann schauen wir mal, was ist hier passiert. Da waren es 12%. Das heißt also, das Rennen ist am Ende wirklich dann entschieden worden, tatsächlich dann für die Commerzbank. Das Ergebnis ist wie gesagt am Freitag dann veröffentlicht worden. Und hier gab es dann wirklich noch diesen riesen Schritt nach vorne. Die Commerzbank hat nämlich einen tollen Weg gefunden. Sie haben nochmal eine gute Nachricht zu ihren Geschäftszahlen veröffentlicht. Deswegen gab es dieses Gap hier und die Aktie ist hier nach oben gelaufen. Und das hat am Ende des Tages dann tatsächlich den Ausschlag gegeben, dass die Commerzbank eben dann doch jetzt aufgenommen wurde. Aber man muss es gar nicht wissen. Man muss also nicht seine Glaskugel befragen, sondern man kann auch genauso gut hinsetzen, beide Favoriten mitzunehmen. Dann hätte man einmal 12% gemacht, einmal 18%. Im Durchschnitt wäre man also bei 15% Performance innerhalb von vier Wochen gewesen. Jetzt fragt euch mal selber, wie viel Performance macht ihr denn als Trader? Normalerweise in vier Wochen macht ihr mehr als 15% Performance oder ist es weniger? So und das ist der entscheidende Faktor. Wenn ihr selber mehr macht, ja perfekt, dann habt ihr für euch schon das ideale System gefunden und könnt das hier vielleicht noch zusätzlich mit dazu nehmen. Vielleicht habt ihr ja auch Commerzbank und Rheinmetall in dieser Zeit auch gehandelt. Dann auch herzlichen Glückwunsch. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken, ob Newstrading nicht etwas ist, was du in deinen Handel am Ende des Tages mit einbeziehen solltest. Denn wie gesagt, hier lässt sich doch einiges machen, vor allen Dingen in schwierigen Marktumfeldern. Gerade die letzten Wochen waren ja nicht unbedingt einfach am Kapitalmarkt, aber News wie zum Beispiel den Tesla Trade oder auch jetzt hier mit der Commerzbank oder ein Trade, der auch gestern möglich war in Fresenius, da sind eigentlich die Möglichkeiten für uns mal eben schnell, unfassbar, schnell wirklich zweistellige Renditen dann auch einzufahren. Wenn du nicht weißt, wie du solche Dinge anfassen sollst, grundsätzlich erst einmal natürlich Nachrichten lesen, dann recherchieren und umsetzen. Oder du baust dir ein Konzept zusammen, so wie wir das bei uns auch in den Trader-Ausbildungen machen, nachdem du dann weißt, okay, ich schaue halt auf die News, die da sind und setze das dann mit der richtigen Strategie um. Wichtig ist nur, dass du es am Ende des Tages tust. Denn natürlich kannst du auch weiterhin schauen, dieses und jenes zu machen. Das machen wir auch natürlich. Wir machen einen guten Screening-Prozess, schauen dann darauf, welche Aktien besonders stark sind. Aber gerade in solchen Phasen, wo es sehr viele News gibt, macht es einfach Sinn, hier genau zu schauen, wie kommt man denn in solche Aktien eigentlich, die 15, 15, 20, ja manchmal sogar 30% und mehr bewegen. Ich hoffe, dass wir uns wieder einiges für dich und dein Trading mitnehmen können. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Like von dir natürlich sehr freuen. Wünsche dir noch einen erfolgreichen Börsentag. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.